Die Idee ist jetzt die, also soll ich noch mal irgendwas zu der ganzen Idee erzählen oder was? Achso, habt ihr den Film im Internet gesehen? Ja! Das ist ja super. So, das gibt es überall auf der Welt schon, in jeder Großstadt, macht das irgendeine Community, macht diese Freezen-Aktion, ja? Und wir machen das jetzt hier. Wir werden das jetzt gleich einmal ausprobieren, dass jeder sich irgendwie eine Pose ausdenkt, in der er drei bis fünf Minuten verharren kann. Aber wir filmen das Ganze gleich und schneiden das und schicken euch das per E-Mail zu. Das Auslöse-Signal ist nachher... Nee? Weißt du, die sind alle so weit? Du? Soll ich mal? Ich bin klar, ich bin klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.